Hallo, mein Name ist Kurt Rachsel. Ich bin Halbruck-Geschäftsführer von Sachsen Holzbau Zürich, Ideal Holzbau Ballwil und Keller Holzbau Altendorf. Ich möchte euch unser Dino Dachauhäbensystem vorstellen. Aufgrund von baulichen Gegebenheiten ist eine Dachaufstockung oftmals die beste Möglichkeit für zusätzliche Wohnraum zu gewinnen. Das ist eine kostengünstige Alternative zum knappen Baugrund und den hohen Immobilienpreisen. In vielen Gebäuden steht das Dachstoß leer. Mit der Anhebung der Dachkonstruktion inklusive Ziehgutdeckung von 50 cm bis 5 m ist das Problem, als mögliches zusätzlicher Stockwert zu gewinnen und damit zusätzliche Wohnraum zu schaffen. Moderne Technik macht es gut. Das Dino Dachanhebensystem eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Lagerhallen, bergmogeschützte Gebäude und für alle Gebäude, wo es wertvoll ist, zusätzliche Wohnraum zu nutzen. Die Einsatzmöglichkeiten sind anzugrenzenlos. Wir können Dachstuhl anheben von 50 cm bis 5 m. Die Zylinder haben eine Hauptkraft von 3,5 bis 5 Tonnen und die werden betrieben mit biologisch abbaubarem Rapsöl. Auf uns können wir euch auch ein Gesamtangebot machen. Das heisst, wir übernehmen alles von der Planung, Baubewilligung, Ausführung bis zur Abnahme von allen anfallenden Arbeiten und übergeben euch das zusätzlich gewonnene Stockwerk Schlüssel. Das bietet uns ein hochentwickelter Dachanhebensystem. Wir machen Komplettanhebung. Das heisst, wir machen die Dachstuhl komplett mit Eindeckeln, mit der Konstruktion, mit allen Einbauten, sei das Lautgarnen, Dachflächenfenster und 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 komplett anheben. Wir sind dadurch witterungsunabhängig. Während dem ganzen Umbau hält ihr als Kunde ein geschütztes Dach über dem Kopf. Wir sind ressourcenschonend. Die bestehende Dachkonstruktion sowie die Eindeckung, die Konstruktion selber und die Installation müssen nicht abgerissen werden und entsorgt werden. Kostenvorteile. Wir sagen, dass mit dem Dino Dachanhebensystem 1-35% kosten günstiger fahren können als einen konventionellen Aufbau. Aber jetzt sind Vorteile. Wir brauchen für das Anheben des Dachs ca. 3-4 Tage. Für den Gesamtumbau des ganzen Dachstocks brauchen wir etwa 2-4 Monate, je nach Grösse des Objekts. Während der ganzen Aufbauphase hat er keine Behinderung. Er kann in unteren Stöcken gleich weiterhin bewohnen. Neben der statischen Prüfung des Objekts wird jedes Dach während des Hebenvorgangs exakt geführt. Wir sind Bauland und unweltschonend. Es sind keine zusätzlichen Baugrunde und keine Erschliessungskosten nötig. Es wird in vorhandene Infrastruktur genutzt. So könnte ein möglicher Ausbau aussehen. Wir haben die Konstruktionsverstärkung gemacht. Wir machen die Aufdoppelung, sodass wir mindestens die Wände insgesamt jeder isolieren können, sodass wir die geforderten U-Werte einhalten können. Wir ergänzen die Wände. Auch hier schauen, dass wir die nötigen Isolationswerte hinbringen. Und im Boden haben wir die Möglichkeit, eine Granulatschüttung zu verlegen, sodass wir sie in den Boden ausgleichen können. Dann verlegen wir ein Therm-Element, wo wir bereits die Bodenheizungsleitungen einlegen können. Und darauf können wir Platten, Boden, Parkette, Blättchen, egal was, verlegen. All das ist in Trockenbau-Eis erstellt, sodass wir Zeit und Geld sparen können. Forderet uns raus, schickt uns ein neues Projekt. Wir nöchen euch sehr gerne ein Angebot für die interessante Aufdoppelung. 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 Aufdoppelung.